Hilfe! Ich bin Witwer und mir wurde der beantragte Vorschuss auf meine Witwenrente vom Post-Renten-Service nicht ausgezahlt. Ich lebe im Ausland. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Wir haben eine Anfrage erhalten von einem besorgten Witwer, der im Ausland, in Spanien lebt. Der hat dort mit seiner Ehegattin gelebt. Die ist leider kürzlich verstorben. Und er hat beim Post-Renten-Service in Leipzig den Antrag gestellt auf Vorschussleistung für die ersten drei Monate 100% Witwerrente. Er hat von dem nach Ablauf der entsprechenden Fristen, er hat also innerhalb der gesetzlichen Fristen den entsprechenden Antrag gestellt. Und er hat bis aktuell dato keinerlei Antwort oder Zahlung dieses Vorschusses erhalten. Er hat dort versucht, mehrfach anzurufen, leider ohne Erfolg. Und jetzt fragt er bei uns an, was ist da los? Warum bekomme ich den Vorschuss nicht ausgezahlt? Ja, meine Damen und Herren, lieber Witwer, die Rechtslage ist hier relativ eindeutig. Der Post-Renten-Service wird Ihnen den beantragten Vorschuss leider als schnelles Witwergeld nicht auszahlen. Der Grund liegt darin, dass Sie im Ausland leben. Dieser Sterbequartalsvorschuss, diese Vorschussleistung für drei Monate ungekürzte Witwerrente wird aber nur ausgezahlt, wenn Sie in Deutschland einen Wohnsitz haben. Da Sie in Spanien leben, gibt es diesen Vorschuss leider nicht ausgezahlt. Aber Sie müssen sich bitte keine Sorgen machen. Sie bekommen selbstverständlich, wenn Sie einen entsprechenden Witwerrentenantrag stellen, diese Leistung dann im Rentenbescheid bewilligt und auch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften als ungekürzte Leistung für die ersten drei Monate nach dem Tode Ihrer Frau dann auch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ausgezahlt. Aber die Rechtslage ist relativ eindeutig. Der Post-Renten-Service zahlt für Betroffene, die im Ausland leben, als Witwer oder als Witwe den entsprechenden beantragten Vorschuss nicht aus. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.